Ja, guten Tag Herr Blum. Wir sind hier auf der Jetpower in Bad Neunah 2017. Und da wollte ich mal fragen, Sie sind ja beim DNFV. Und da wollte ich mal hören, was gibt es Neues, was Sie heute hier von Bad Neunah-Ahrweiler berichten können. Ja, mein Name ist Fred Blum, bin Sportreferent im Deutschen Modellfliegerverband, verantwortlich für die Jetfliegerei. Umso mehr ist es heute natürlich ein Muss, hier zu sein, bei der weltgrößten Jetmesse inzwischen in Bad Neunah-Ahrweiler. Und bei einem Verband von 90.000 Mitgliedern sind natürlich auch jede Menge in der Königsklasse der Jetfliegerei dabei. Und hier kann man Neuheiten sehen, was die Industrie so inzwischen alles gebracht hat. Und wer hier, wer Jet pflegt, muss natürlich hierher, um sich zu informieren, wie es auch in Zukunft weitergeht, was man alles so verbessert, verneuert hat. Und es ist immer wieder imposant, hier zu sehen, was hier so abgeht. Die ganzen Firmen sind vertreten, die Zuschauer kommen auch hier, wir müssen hier vertreten sein als DMEV. Die Zuschauer kommen zu uns, fragen uns als Mitglieder, haben Fragen, die wir gerne beantworten. Und so ist es eine wunderschöne Sache hier, Bad Neunah zu sein. Die ganzen Neuheiten zu sehen und es weckt natürlich immer wieder neue Regierde, die natürlich auch irgendwo realisiert werden, müssten oder können. Und ja, es ist einfach schön, hier zu sein. Herr Blum, ich möchte mich für das Interview bedanken und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit auf der JetPower 2017 in Bad Neunah arbeiten. Vielen Dank, auch Ihnen wünsche ich alles Gute und viele schöne Erkenntnisse hier bei der Jetfliegerei. Vielen Dank, auch Ihnen. Vielen Dank, auch Ihnen. Vielen Dank, auch Ihnen.